das letzte mal das letzte mal gab es ja so leichte probleme wir sind hier durchgepackt aber wahrscheinlich müssen land nicht unten aber diesmal habe ich mich schon darum gekümmert es sauber und ich bin nicht durch den boden gefallen ja ich habe es bis dahin noch mal neu gespielt war da noch ein bisschen verrückt und da unten das ist ich habe helft meine Leiderdur Ach. Das wäre jetzt echt schäbig gewesen, wenn wir nicht hochgekommen wären, weil ich das Spiel halt beenden wollte. Das ist doch ein Laden. Freut man sich doch hier. Ja. Geht ja auch nur Richtung Boss, also sonst. Ich glaube, ich muss ein Detour machen, bevor ich weiterfahre. Hier geht es wieder. Na komm. Solange ich nicht irgendwie durchs Level falle. Das klappt also nicht. Das war wirklich noch nicht unbedingt selbstverständlich. Vielleicht, dass es klappt, aber umso besser. Was bringt mir das jetzt? Uns fehlt ein Samen. Ich weiß doch nicht, wo ich einen Samen herkriege. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay, so kann man also an den Samen. Wird das ja auch einen Sinn haben. Wer das gesammelt hat, wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt machen wir das. Weil das ja so gut hier funktioniert hat schon. Ehrlich gesagt habe ich Angst. Angst, dass ich hier wieder komplett durchfalle. Glück gehabt. Ich habe damit gerechnet, dass wir durchfahren. Ich habe komplett damit gerechnet. Ich kann mich nicht auf diese Plattform lassen. Es ist ein langer Weg runter. Ähm. Joa. Er ist dann einfach runtergefahren. Jetzt bin ich irgendwie froh, dass der einfach runtergefallen ist. Das muss ich mal so sagen. Und je nach Länge schneide ich das hinten ran oder mache das als extra Video. Das muss ich hier sein. Ich habe es geschafft! Ich werde das mit einem anderen Angeln ziehen. Okay, das Spiel auf! wie geht das blöde Was soll ich da noch reinstecken? Ach, der weiß ich nicht was. Was soll ich da noch reinstecken? 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 Ich bin ja schon froh, dass ich jetzt hier nicht wieder durchgefallen bin. Was soll ich da noch reinstecken? Was soll ich da noch reinstecken? Das war's. I come here. 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 Ich habe nicht alle Antworten. Mein Kind hat in vielen Fällen verloren, aber du bist nicht besser. Ich weiß nicht, dass der Planeten sterben wird, wenn du nicht aufhörst. Widervereinigung. Widervereinigung. Hier. 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 Oh nein. Das funktioniert nicht. Hold on, Ronny. Wir kommen. Ah! Wir sehen uns, dass du ein guter Begriff hast. Ich habe Angst. Ja. 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 Oh. Nekam. Es ist da. Hier kann man auch. Sehr gut. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ja, ja, die sind unerträglich, genau wie du. Ja, die sind unerträglich, genau wie du. Ja, die sind unerträglich, genau wie du. Was ist denn an Wildnis so schlimm, mein Guter? Ja, die sind unerträglich, genau wie du. Ja, die sind unerträglich, genau wie du. Ja, die sind unerträglich, genau wie du. Ja, die sind unerträglich, die ich weiß. Wir haben das. All right. Let's get to work. Okay. 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 How about this? Okay. 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 We got poisoned, and the substance decreased our intelligence by 50%. And thus, we can't be held responsible for our actions. Plausible. If they examined our brains, they'd find you actually have less brain cells than most people. Oh, but they'd find my brain is still above average. Haha, very funny. I give up. Why don't you come up with something? Alright. You talked me into landing on a shitty dead space rock. Then you roamed the wasteland for days in search of who knows what. We ran out of fuel, and I stripped the ship of everything that would burn excessive energy, including all loose tech. I then navigated us home using an old star map. And you have now promised to write poems praising my greatness, one every day, for the rest of your life. Hey, not too bad. Except the part about the one poem a day. I mean, no one would believe I pledged that kind of commitment. Good point. Maybe we should just pretend to have severe memory loss. Last thing we remember is a green fog filling up the cabin, and after that, nothing. How does that explain the erased logs? The fog made them evaporate? Oh, it's gonna be a long trip home. Isn't it? Isn't it? Isn't it? Amen. 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 Das war der Gang. Und die doch bis auf den wundervollen Buck-Thema hatten, wo man da durch die komplette Welt durchgefallen sind, ist das eigentlich ein echt schönes Spiel gewesen. Aber der Buck hat mich schon aufgeregt. Aber umso schöner, dass wir das Andy jetzt noch sehen konnten. Dass ich mich dazu aufraten konnte, das nochmal alles, ja, zu spielen. Aber ohne Steam, das wäre dann auch missmerklich gewesen. Ich bin ja gekommen, wir wiederholen den ganzen. Nein, das muss ich nicht sein. Damit, das war's von der Gang. Wir sehen uns dann bei dem nächsten Game. Wer weiß, was es sein wird. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.